hallo 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 und herzlich willkommen wieder mal zu einer folge minecraft und zwar wieder mal eine runde city build hat sich in letzter zeit wieder extrem viel getan und ja wir schauen uns das mal ganz an also wir haben hier viel viel wieder gemacht wir gehen von oben nach unten natürlich so hier wurde auch wieder was gemacht das haus wird abgerissen was auf die komplette größe geht das wird alles weggeschmissen hier ist ein loch da kann man direkt drunter mit einem schlag und die unterste etage aber wir kennen sie ja noch nicht oder bis jetzt noch nicht hier haben wir arbeiten fahren da haben wir auch natürlich noch eine weizen farm und hier ist auch noch eine und hier ist auch noch eine dann haben wir hier zuckerrohr natürlich zuckerroffarben die kürbisse und dann haben wir noch die millionen farb ich muss ganz kurz man hier da ist irgendwas im hintergrund am laufen was nicht solle hast du mir zu viele ressourcen frisst auf einmal jetzt ist alles ok sorry für kurze unterbrechung dann haben wir hier das hauptlager natürlich ähm der zaubertisch der hier unten ist und ich finde mehr materialen spezielles und sonstiges holz natürlich immer wieder die also redstone die haben nur einen momentan da kommt noch was dann gold und eisen gold ist auch nicht viel da eisen ist einigermaßen was da die kohle die muss man auch nachfüllen lapis haben wir auch weniger da rüstung ein bisschen das ist irgendwie falsch wenn wir das mal kurz das gehört nach unten oder war nein das stimmte schon siehst du kurz verwehrt werkzeug und das sind die waffen das ist verzaubern das zeug für zauberungs bücher bahn effizienz bahn normales buch noch ganz viel erde die wir noch los werden müssen und das ist natürlich beiden oben und so schmeißen noch ein paar melonen dazu rein die ganze schicht und da noch ein paar melonen rein dann haben wir noch holz das wir freuen müssen ja das kommt hier rein da wir doch das labs ist noch was haben wir noch was im baumaterial die schienen können hier rein dann die kerne gehen wanders in knöpfe gehen unter redstone das monster genau knöpfe gehen unter redstone die tun wir da hin die mine cards auch dann fehlt uns noch das können wir wieder oben rein stellen die abteilungen kürbis kerne haben wir noch an die das neben lohn an die mich und ja da waren die melonen kommt hier rein da gehen wir weiter hoch das ist das zuckerrohr das kommt natürlich hier hin und wir werden gucken dass wir das genau stapeln so dann haben wir alles verräumt da wächst alles schön kräftig und grün ach guck mal da schon also der ausgewachsen können wir ernten wieder mal ernten da war noch nichts genau jetzt gibt es ein level up so dann kommt das da rein die kerne palte jetzt mal die felder zu pflanzen natürlich ja hätten wir gemacht dann kommt das wieder zurück natürlich machen wir auch wieder weg so dann können wir nach pflanzen so und das hier hin und das dann wird hier noch was ausgelassen und das kann wieder hin und dann legen wir das hier rein natürlich und noch mehr weißen oh man wie viel da wieder nachgewachsen ist da fehlen auch schon wieder ein paar die haben nicht richtig nachgepflanzt das war so weit und das noch hier hin gut war das schön nachgepflanzt wie es sein sollte dann kommt das auch hier wieder rein dann haben wir das auch wieder gemacht ähm glas ich glaube da ist jemand noch am glas brennen wurde mir gesagt außer das komplett gebraucht so weiß ich noch nicht wie das runter geht das müsste ein baumaterial sein oder muss ich noch muss ich noch ja ich muss noch ich merke gerade ich muss die Abbauwelt ein bisschen zahnfarben ja ey wow okay das ist ein böser Bug der ist ordentlich doof was ist das das ist aber komisch das hat ja nie ah jetzt ist gut das waren nüder laderfehler so wie es aussieht was ich brauche ist jetzt echt viel Sand Sand das ist jetzt gerade brauche offiziell mal gucken welche Richtung das überall schnee rum wir laufen einfach mal herunter nüder nüder interessiert mich nicht hier kommen wir ins Gewaltgedöns was ich brauche ist Sand nüder jungs ihr könnt mich mal und zwar ordentlich büde Viecher ich finde die Creeper schon ganz cool die Viecher aber an gewissen Zeiten brauche ich sie echt nicht nee warte mal ich gehe da ich mache jetzt da eine andere ja ich sehe ein bisschen Sand und hier habe ich auch Sand ja ordentlich gut das ist genau das Material was ich gebrauche ah was ist das habe ich da ein Viech hinter dem Rücken irgendwas krabbelt da gerade bei mir rum das nervt ey wo ist das Viech da bist du aha aha du bist du einfach auf die Fresse oder da wieder da ja bestimmt alle jetzt ist Ruhe und zwar ordentlich meine Fresse jetzt wird Tag das ist gerade gut ich nehme mal Ruhe wieder will man ein bisschen nur ein bisschen Sandfarm gehen weißt du dann müssen diese Viecher in dem letzten Moment kommen was nicht was ich gerade nicht brauche ich hasse es oh hier ist die Luft ausgegangen merke ich jetzt gerade und noch mal runter ich habe hier alles abgefarmt wow ja hier hat es noch mehr viel mehr gerade so viel mitnehmen wie möglich weil Fenster braucht man vielleicht immer wieder mal oh da ganze Wand ist hier okay liegt unter Gravel oh guck mal Kohle können wir gerade mitnehmen das ist optimal gerade ein bisschen Kohle brauche ich eh noch so die Hacke hier noch die ist eh fast kaputt nehme ich mir das Zeug noch mit auf jeden Fall die Kohle noch mitnehmen mit dem können wir dann uns wieder Glas brennen oder wie viel Kohle es gerade hier hat das ist ein ordentliches Fleckchen ah da ist sie nur übergegangen gut die haben wir aufgebraucht dann kann ich die weiter benutzen wie viel Kohle es gerade wieder ist ich esse übel viel aber wow genug war das das war ordentlich genug zombie wahrscheinlich irgendwann in der Höhle ah ja ja ist klar ist klar von hinten müssen wir ficken ist klar ist logisch von da wollen sie mich wieder kriegen nicht im Ernst oder warum muss gerade jetzt mein Mikro verrutschen gerade jetzt kommt da jetzt noch einer wo kommst denn du her wie hast du mich gesehen das ist mal die Frage oder oder fragen konnte mir das sehen ich denke das müsste reichen nehm ich dir das noch mehr mit dann hier was haben wir da hier hinten kein höhlen eingang oder nee das ist ne keine schlucht oder nicht schlucht sondern eingehüllte things boom sowas in der art irgendwas in der art so hoch dann sind wir da genau und wir müssen das eh noch das teusch noch ach ja da komme ich ja genau hier hin bin ich hier flutsch da bin ich direkt unten kann ich nämlich die öfen befeuern die haben was drin der ist leer bevor ich den mal den mal schmeiß ich auch genau mal rein wo ist noch wenig drin da noch was und da noch was reinschmeißen naja immer sehr gern das war's für die nächste folge und ja dann sieht man sich beim nächsten mal viel Spaß noch beim zusehen bewerten lasst doch einen kommentar da da gib mir einen daumen nach oben und ja Vielen Dank fürs Zusehen und Tschüüüü.